Servus Leute! Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Letztes Mal sind wir weiter... Moment, war ich im vorletzten Part auch schon hier? Auf dem Planeten? Ich glaube nicht. Das heißt wir sind im letzten Part tatsächlich hier zum ersten Mal auf den Planeten gekommen. Naja auf jeden Fall sind wir das letzte Mal hier gewesen, haben uns durch die Stadt geboxt und jetzt diesen Wissenschaftler hier entdeckt, der irgendwie Clank vergrößern will oder so? Rrrr! Hauptsache der Kopf bleibt. Rrrr! Kommt her. Bleiben? Wow! Kann ich runterfallen? Das kann ich nicht alles. Mega Ratchet! Äh Ratchet vor allem. Mega Clank! Kommt her! Ich mach euch alle kaputt! Ich kann springen. Kann Megamove machen und einfach alles zerstören. Kommt her! Ihr habt Null Chance jetzt gegen den Mega Clank. Habt ihr ein Problem, Mann? Einfach zergatschen die ganzen Gegner. Bämms! Einfach alles zerstören hier. Boom! Ist doch ein Problem! Ha 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 ha! Kann ich da auch als Clank nachher entlang gehen? Das wär ja geil. Oh, die machen mir auf. Du gegen mich! Oh, der ist schon tot. Ich dachte, er liegt länger. Achso, da kommen mehrere. Rrrr! Schmeckt Raketen! Denn mehr Raketen, mehr... als mehr Raketen, als mehr Raketen... als mehr Raketen! Bämms! 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 Ich halt euch alle hinne! Hau ab da hinter mir! Ich fühle mich wie King Kong, der irgendwie von Flugzeugen angegriffen wird. Nein! Der da! Der kriegt aufs Maul! Bämms wegbuchsen einfach alle! Der da! Nein! Ah, es werden immer mehr! Hau ab! Wir fliegen Gewichte! Boah, der ist weg. Kleiner da kommt weg. Der linke, äh, rechte da meine ich. Gut gemacht! Jetzt steig in die Maschine. Mal schauen, was passiert. Schön, dass du wieder, ähm, da bist. Ich habe die Maschine auf dein spezifisches Schaltkreis Muster programmiert. Ah, perfekt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Vielleicht hilft euch das. Neu, neu, neu! Gadgetron, der Qualitätswaffen- und Gerätehersteller, präsentiert das Holokostüm. Mit dem Holokostüm machen Sie Robotern vor, dass Sie selber einer sind. Messen Sie sich mit anderen Robotern. Arbeiten Sie an Roboter-Fliesbändern. Besuchen Sie Roboter-Partys. Das Holokostüm. Verfügbar nur im Gadgetron Hauptquartier und nur vorübergehend. Nicht für gesetzeswidrige Zwecke verwenden, nur in bestimmten Gebieten tragen. Sie werden nicht wirklich ein Roboter. Cool, wenn ich das Ding kriege, dann komme ich an diesen Wachrobotern vorbei. Roboter täuscht man nicht so leicht. Ah, was ist das? Was? Ach, ja. Einfach mal Planet Kalebo 3. Einfach mal aufs Kreuz gelegt jetzt. Okay. Geht hier theoretisch jetzt überall entlang, oder? Müsst du zurück. Ich geh mal hin entlang. Schau mal, ob ich hier einfach so lang gehen kann. Eigentlich sollten hier jetzt alle vernichtet sein, oder? Weil Mega-Clank hatte ja alles platt gemacht. Mit seiner Warp-Digitation zu Metal-Clank. Oh, da links ist was. Könnte ich da jetzt rein? Ja, könnte ich. Bringt mir aber nichts. Das ist nur eine Battle-Arena von Clank. Okay, so komme ich zurück. Wuiiii! Ähm, ist das denn gerade ein Gegner gewesen? Sicherheitshalber Bomben. Ich hab nur mehr 5. Das ist vielleicht doof. Oh nein! Piranha-Pflanzen. Oh, ich bin schon wieder da. Alles klar, dann kaufe ich mir schnell mal ein paar Bomben. Habe ich? Krieg ich eine Lebenskraft? Ja, habe ich. Ich hab heute ein paar tolle Sonderangebote. Ich dachte, er sagt, hallo, Phil Knoll. So, er hat gesagt, du hast schon genug Movison hierfür. Okay, Blaster. Ich glaube, ansonsten brauche ich nichts mehr. Gut, auf zum nächsten Planeten. Das fängt langsam an mich zu nerven. Ich weiß nicht, warum ich mich mit euch unfähigen Idioten abgebe. Na gut, ich versuche es noch ein einziges Mal. Ihr seid meine besten Elite-Tron. Ich schicke euch auf die Oberfläche des Planeten, um diese Störenfriede endgültig zu vernichten. Jetzt geht! Oh, und wenn ihr Gadgetron zerstören müsst, um sie zu kriegen, dann tut es. Und das sollen die besten Elite-Leute sein? Naja. Okay, schauen wir mal. Da geht's lang. Da geht's rein. Missionen. Neue Geräte suchen. Die Systeme erforschen. Die sichere Zone eingehen. Ja, das kommt später. Stadtruhen besuchen. Hab ich das nicht schon? Ja, ganz schön viele Planeten. Wow. Da hab ich alles. Da auch. Dann auch. Dann auch. Dann auch. Dann auch. Dann 100% werden es sowieso nicht. 4% werden zusammen anfangen. Dann darf's komplett zurück truly kommen. Ich Navierdbesuch. Wie stand da? Alle Regionen abgeschlossen. 5% 안당assungsarten. 5% gibt es dann? 5% hoffentlich-TIREI. Das ist das Einzige, was was ich noch nicht loot habe. Und da cooling system. Egal alle Regionen abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das wirklich sonderlich wichtig ist fürs Spiel. Und wenn man immer mehr Pfeil bleibt sie weg, kommt nicht quoi. Und jetzt kommt der Kadomoik. Das ist ein Fließband. Ich hoffe mal, dass das nicht so wichtig ist. Von wegen, dass da davon das Ending oder so beeinflusst wird. Das wäre nämlich blöd. Was mache ich denn da? Seid ihr die Elite-Einheit? Wenn das so ist. Nein! Aua! Einer ist noch, der da. Ich glaube, ich habe zweimal Schaden bekommen. Naja, egal. What is das denn? Hau ab! Äh, sind das den Viechern, denen man nicht entkommen kann? Bäh! Das gefällt mir ja gar nicht. Warum sind die überall Fließbänder? Ähm... Lalalalalalalala... Gut, die fliegen jetzt da hinten rum. Der hat eingesteckt. Ich glaube, eine Rakete reicht aus. Wow! Gerade noch ausgewichen. Ist da nicht noch einer gewesen? Ist der Letzter jetzt? Oh, das ist nur... Sanisors. Pietrichtzeit. Hä? Nichts? Wann komme ich da dann rein? Da ist ein Händler drin, Mann! Oh! Das war ja schlau von mir. Also die erste Aktion von wegen... Wie komme ich da rein? Das ist das Stromklaue. Ist runtergesetzt. Götterhandschuhe, Heep, Abwehrdrohne, Stromklaue. Die habe ich, glaube ich, gar nicht. Zu teuer. Oh, 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 oh. Keine Ahnung, was die macht. Oh, no! Da ballert der irgendwie bekloppt auf mich. Da, der, der. Was los? Ich will dich eigentlich gar nicht killen, aber egal. Ja, da draußen fliegt er umher, komm. Gut, weg mit dir. Jetzt habe ich so viel Verwüster verballert. Nein, ich kann mir hier Notfalls immer wieder neu kaufen. Ach, hier wäre Verwüster gewesen. Nein! Ich, dumm! Da ist auch Munition und ein Aufzug. Was heißt, ich muss da hoch? Warte, Aufzug, ich komme! Nee, das führt mich zurück. Ist da rein. Das heißt... Da komme ich nur wieder zurück. Ist Shortcut quasi. Und jetzt hier rein. Nehme ich an. Oh, no! Ja, schmeiß noch mehr. Du wolltest nicht anders? Gut. Hau ihn doch! La 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 la. Fresst Feuer, ihr Robo-Biernen. Da haben sie sich selber in die Luft gejagt, oder wie? Ah, sehr schön. Ich hätte es zwar mit Bomben geschafft und wahrscheinlich mit allen anderen Waffen auch, aber... Aber das war, glaube ich, blöd, oder? Muah! Er hat einen scheiß Hhythmus. Oh, gut. Warum werden die immer wieder geboren? Ist der echt so ein Stein im Brett bei Drag? Nein, er hat gesagt, das sind die Elite-Einheit von ihm, aber... Hm. Soll ich das? Ja, tut das. Wie lange bleibt das aktiviert? Wie lange bleibt das aktiviert? Schneller, 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 schneller! Ich bin gleich Matsch. Den Rest überlebe ich garantiert nicht. Den Rest überlebe ich garantiert nicht. Ich glaube... ganz, ganz viel, wenn's geht. Oh, nein. So, ich mach genug Feuerkraft, ja Versuchen wir es Ja Ja Achso, es sind Boxen, da Wo bin ich jetzt? Oh nein, nicht hier Warum starte ich denn hier? Hm, genug Hm Oh So, ich schieße nie Warum springe ich denn nicht? Und die beiden sind auch weg Nehmen Sie eine Gerbe zum Glück genug So, da sind die Bomben schmeißer Ja, dann sind nämlich die Boxer Man, ich schieße nicht so komisch im Kreis Ähm, äh So So Schluss, aus, vorbei Gehts zurück, oder? Da gehts da weiter Ne, da gehts zurück Da gehts weiter Ja 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 Ja, na klar Da Und jetzt sind es nur mit zwei Und Ohne Schaden Exzellent 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 Hm Schaden die Oh 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 Schneller Ah Ah Das heißt die explodieren gar nicht direkt Wenn sie mich berühren Gut zu wissen Perfekt Ne, Moment Das waren die Boxe Ich versuche es mit den Bomben Oh Oh Hier, fress Bonbons Ah, genau reingelaufen Idiot Wow Hat noch rausgewichen, fast wär ich der Idiot gewesen Okay Jetzt gibts nicht mehr allzu viel Jetzt gibts nicht mehr allzu viel Ah Mach ihn doch kalt Danke Oh Hau der mir erstmal in die Fresse Na gut Einen Schlag habe ich abbekommen Aber naja Da gehts zurück Ich hab mir mal sechs Bomben Nein, da oben sind die fliegende Idiotenköpfe Nein, da oben sind die fliegende Idiotenköpfe Hallo Er schießt mich So, der ist weg Wenn ihr so doof seid und ich baller Ich baller schon auf euch Nein Oho Ich hab's nicht gesehen Oder zu spät gesehen Weg da Na gut Lebenskraft Und Munition Danke Ja ja Verwüstermunition Noch besser Und Bomben Bomben gehen immer Da komme ich zurück Das heißt Ist da geradeaus weit da oder wie Da vorne steht schon wieder so ein Wüstling Jetzt war es mal ein Wüstling Jetzt war es mal ein Wüstling Ne 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 Wums Weg mit euch Wow Das war ja unglaublich klug von mir, nicht wahr So, neue Munition ich schmeiße echt mit munition herum hast du schon wieder 22 minuten warum vergeht die zeit hier so schnell wahrscheinlich weil die paar weil die partie halt so lange gehen hinter mir kommt gar nicht hin zu dem will ich jetzt was ist der knopf ich glaube ich sollte doch noch von wüster holen so ich habe sicherlich alles verballert weil hier kann ich neu hier kann ich neu und kann ich neu einholen ok perfekt wie mache ich das denn jetzt am besten das geht sich doch gar nicht aus oder doch doch schneller geht sich das aus ja das geht ok nein da wollte ich mich hoch dann gut von mir aus feinde lasst mich in ruhe gibt jetzt lebenskraft weil das war kam jetzt unerwartet und merkt dass ich das spiel blind spiele weil so wie ich mich hier anstelle wieso bin ich jetzt jetzt bin ich da ich habe mich schon wieder so ein klopo raum klopo raum fallen gut ich hätte einfach auf die zeit gucken sollen egal wir sagen das war ratchet and clank ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste mal wieder fit ja 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 ja